Mu-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ich weiß erst, wie ich diesen Penner plattmache. Nicht wirklich, aber ich hab rausgefunden, was ihn schwächt. Da, zweimal. Dreimal. Vier. Okay. Jetzt wird's wieder zurückgesetzt. Je mehr ich ihn treffe, desto... Also, desto mehr ich ausweiche, desto mehr darf ich ihn schlagen. Nein. Und da darf ich sowieso auf ihn drauf prügeln. Aha. Ausweichen ist hier alles. Okay. Draufschlagen musst du und geht nicht mehr. Au. Shit. Nein. Shit. Der macht viel, viel Schaden mit seinen Schlägen. Aber wenn man ihn ausweicht, kriegt man umso mehr in ihn rein. Das ist gut. Das ist gut. Punkt 1 bei Punch-Out, den Gegner verstehen. Aua. Ich versteh dich nicht, Junge. Hecht Deutsch mit mir. Ja, hier. Genau. Dann wird er nämlich irgendwann totbesoffen und kippt einfach um, weil er zu viel Khorabi gepressen hat. Ach, nee, doch nicht. Okay. Was macht er wieder? Nein, shit. Ich wusste es sogar. Shit, zu früh. Oh, das habe ich auch noch nicht geschafft, das zu früh auszuweichen. Okay. Macht nichts, macht nichts. Nicht so schlimm. Dafür, dass ich ihn schon zu Anfang wieder für so ein Über gehalten habe, ist er ja eigentlich gar nicht mal so schlimm. Okay. Zu früh. Da hasse ich mich jetzt für... Nochmal. Na, was? Schon dreimal? Verarschen? Ja, klar. Mac ist richtig. Ist richtig, Mac. Der hat mich doch nicht dreimal down gekriegt. Bin ich doof? Den verstehe ich. Das verstehe ich jetzt nicht. Das war doch keine dreimal. Das war was los. Okay. Jetzt macht er wieder so. Scheiße! Na, was soll's. Ich habe ihn wenigstens daran gehindert, sich zu healen. Jetzt macht er wieder den Uppercut. Sehr gut. Aber er greift sich schon sofort in den Arsch und holt sich seine Burte wieder raus. Ah, so. Scheiße. Seinen Uppercuts kann man schön zur Seite ausweichen, aber... ...den Haken sind immer ein bisschen viel. Fuck. Fuck, ich dachte, er macht nochmal einen Haken. Oh, Mann. Steh auf, Mann. Jetzt blicke ich langsam schon nicht mehr durch. Das ist schlimm. Okay. Okay, heilen. Boxing is all about momentum, baby. Keep landing your jabs and you'll crush this soda pop. Ja, das ist geil, man so leicht fällt. Fuck, mach du das doch. Oh, der Scheiß. Okay. So, jetzt macht er wieder... So. Ey! Ich bin noch ausgewichen. Oh, fick dich, Mann. Manchmal kann mich das Spiel mal so krass hier am Arsch. So. Nochmal. Das ist kein Vergessen. Der hat mich ja gleich schon das dritte Mal, also... Der hat mich einmal treffen müssen, das wäre das dritte Mal, und ich werde down gegangen. Na, also weg. So. Ich krieg den doch zu Anfang perfekt durch, also was wollt ihr? So. Das ist doch nicht schwer. Fick dich, Mann. So, komm her. Ja. Jetzt macht er wieder seine Uppercuts. Nein! Das war schlecht. Ich glaub, er macht jetzt wieder Uppercuts, oder? Ja. Bei Uppercuts wartet er immer ein kleines bisschen. Bei den Haken schlägt er sofort wieder zu. Bei den Uppercuts wartet er ein kleines bisschen. Scheiße. Was? Ich bin... Was sag ich's überhaupt? Warum sag ich das überhaupt? Ich bin der Übke-Wiechen, das kann jeder sagen. Ich spiele jetzt auch nicht, was es will, irgendwie. Fick dich. Fick dich! Bleib weg, ey. Ganze Niederlagen brauch ich nicht. Das zieht das Ganze nur unnötig in die Länge. Die ganze Duas versagt-Animation, immer. Das dauert ewig. So. Ey! Nein! Na, das war dumm, da hätt ich noch mehr rausholen können. So. Komm, zieh dir doch deine Buddel aus dem Arsch. Ist mir auch egal. Ja, dreh durch. Wie fair, ey. Ich hab da... Ich bin doch ausgewichen! Wenn Little Mac auch mal wirklich schneller werden würde, wär's mal praktisch. Der bleibt so dumm wie eh und ich. Oh, fick dich, Mann. Fick dich, Mann! Wenn das so schon losgeht, dass der mich nur noch verprügelt, brauche ich gar nicht weiterzumachen. Also keine Widerrede. So. Okay. Beschleif. Der macht nie mehr als zwei Uppercuts. Nein! Ja, natürlich! Dann weicht er natürlich aus, Little Frackfuck. Dann weicht er natürlich aus, wisst ihr? Wenn ich zuschlagen darf. Aber wenn das wirklich soll, macht das nicht. Verarsch mich nicht, Junge. Das war mir klar, dass er das jetzt macht. Und das war mir auch klar. Und das war mir auch klar. Oh no, oh no, hier! Kaputt dich, Mann! Ich kaputt dich, Mann! Ist mir egal, ich habe ihn jetzt zweimal, das ist sehr gut. Zieh dir die Buddel aus, Marasch! Ach, scheiße. Ach, scheiße. Natürlich, da, wo ich zuschlagen darf, ist Ende. Ja, ja, da sollst du stille sein, da sollst du mit Sternen lieben, ja. Super lustig, fett Backe. Komm doch her, Mann! Nein! Na! Dann weicht er aus, der... Dann weicht er aus, der Penner! Du dummer Penner, Mac! Ey, du kannst auch gar nichts! Super. Wenn er so ein bisschen wartet, dann kann man sicher sein, dass er Nappercut macht. Oh, gut. Schon das dritte Mal, eigentlich. Eigentlich müsste er ja jetzt down sein, aber das Spiel geht ja nicht nach den gleichen Regeln. Buddel aus, Marasch! Scheiße. Okay. Scheiße, ist der jetzt schnell, ey. Was? Jetzt macht er doch einmal drei, aber kurz. Oh, nee. Das ist jetzt unfair. Drei! Der macht drei Schaden, ey, was. Ey! Hä? Nein, ich tritt's nicht jetzt, nicht jetzt! Ja, Mann! Mann! Nein, 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 nein! Ich schreie mir, dass das nie funktioniert! Mörckst du hier! Nein! Ich könnte in die Remote beißen! So knapp! So verdammt knapp! Das ist so knapp gewesen! Nein! Das hat nichts passiert, Leute!